Margaret Rowlings Lady Barlow war eine britische Schauspielerin, die als bedeutende Darstellerin des britischen Theaters galt. Leben und Karriere Margaret Rufflins wurde als Tochter eines britischen Missionars in Japan geboren. Noch während sie ihre Schulbildung an der Lady Margaret Hall erhielt, trat Rufflins bereits in ersten Stücken von John Maysfield auf. Ihr schauspielerisches Handwerk lernte sie mit einer Theatergruppe, die ausschließlich Werke von George Bernhard Shaw aufführte. Für Aufmerksamkeit sorgte sie 1931 durch eine als außergewöhnlich erotisch bezeichnete Darstellung der Salome nach einer Choreografie von Ninette Valois. Sie konzentrierte sich insbesondere auf tragische, dramatische Gestalten wie Lady Macbeth in William Shakespeare's Macbeth. Die Schauspielerin galt als sehr eigenständig, als sie mit einer Aufführung von Federer von Jean Racine unzufrieden war, was ihre Lieblingsrolle war. Neu übersetzte und inszenierte sie das Stück kurzerhand selbst. Im fortgeschrittenen Alter trat sie viel beachtet als verschwenderische Kaiserin Eugenie in einem Ein-Mann-Stück auf. In ihrer langen Karriere beim Theater von 1927 bis 1983 galt Rufflins als beständig erfolgreich. Sie war vor allem am Westend in London zu sehen, hatte aber auch einige Auftritte am Broadway in New York. In ihrem Nachruf schrieb der Independent, dass mit ihr wohl die letzte große klassische Tragödienschauspielerin gegangen sei. Im Vergleich zu ihrer Theaterkarriere ist Rawlings filmisches Schaffen er klein. In einem Zeitraum von über 60 Jahren wirkte sie in unregelmäßigen Abständen an Filmen, Fernsehfilmen und Fernsehserien mit. In Ein Herz und eine Krone verkörperte sie die strenge Gräfin, welche eine von Audrey Hepburn gespielte Prinzessin bewacht. Ihre letzte Rolle hatte Rufflins im Jahre 1990 als Mutter von Dr. Jekyll im Fernsehfilm Jekyll and Hyde. Von 1927 bis zur Scheidung 1938 war Rufflins mit dem britischen Schauspieler und Theaterregisseur Gabriel Toyn verheiratet. Im Jahre 1942 ehelichte sie Sir Robert Barlow, wodurch sie selbst auch zu dem Titel einer Lady kamen. Sie waren bis zu seinem Tod im Jahre 1976 verheiratet und hatten ein Kind. Margarete Rufflins verstarb 1996 kurz vor ihrem 90. Geburtstag Filmografie 1929 Die Straße der verlorenen Seelen 1938 Will Shakespeare 1953 Ein Herz und eine Krone 1954 Beautiful Stranger 1957 Die blinde Spinne 1971 Hände voller Blut 1971 Wives and Daughters 1972 Ein liebenswerter Schatten 1990 Jekyll und Hyde 1929 eingebenswerter Schatten Solche 2015